Ich muss auch ein bisschen was umbauen glaube ich. Oh, falsch gelaufen. Siehst du, es geht auch gut? Mit dem Dach? Ja, mit dem anderen Software noch mal um. Die Küche ist eh zu klein. Ist das jetzt einfach eine Schräge oder ist das ein Dach? Nein, das ist ein Dach. Es gibt keine Schräge, auch da hinten ist ein Dach. Echt? Ja. Ah ja, stimmt. Wie kann ich eine Blanke da abbauen? Gar nicht. Das Ding kann ich nicht abbauen. Was denn? Das Ding hier? Doch, mit der Axt. Es gibt Türen. Oh, mit der Axt. Ah, okay. Wir müssen die Küche ein bisschen ausbauen glaube ich, Harry. Ich will ja noch ein S-Tisch hier drin haben. So, in die Richtung ausbauen oder wie? In die Richtung will ich ausbauen, ja. Leute, ich bin jetzt mal ein bisschen AFK Formel 1 schauen, eine Stunde lang und dann bin ich wieder da. Okay. Ah, ist interessant. Ja, okay. Bis dann. Ja, ich bin gestorben. Mal wieder. Boah, die Natur wandert. Ja guck mal raus aus einem Fenster wo wir sind. Ohhhh, boah, eine riesen Insel. Ja, Ony, ich liege irgendwo im Wasser. Ja, Ony liegt irgendwo im Wasser, das ist kein Problem. in diesem bereich anscheinend ich kaufte mal hier zum floß schauend auf die insel sicher zwei bei floßbreiten entfernt wenn nicht noch mehr hatte ich ich kann einen köder machen haben köder werfen den köder wenn ich mich wieder belebt in alle männer items weg und ich habe 30 35 schrott der köder liegt ich warte bis er ist also links von wenn ich auf die insel schau links links von floß weg sicher zwei floßbreiten ach ja an die das hat einen sinn warum die sammeln netze nach vorne auch gerichtet sind weil vorhin sind wir extrem schräg gefahren somit haben wir nichts auf auf sammeln können okay ich sehe hier eine lamp zu mir und hier ist sie tun ihr schrott das hat angewiesen da wo der bambus ist du gehörst wenig näher zum floß du bist du bist bei einem bambus gestanden du musst ja ich muss mehr du musst näher hin das ist ja noch nicht beim baum muss er weiß ich sehe ich sehe ich habe ich nach tragen tragen ja wenn ich das auch bauen schade nein bringe ich jetzt nach hause beeil dich nicht dass ich dann gleich wieder abbeißt ja ne ich gehe jetzt an land ein bett ja du musst ihn zum boot tragen leute danke mein wirst du bist so leblos das ist echt scheiße aus da machst du jetzt auch ein taucheranzug aber das ist ja wohl die seins das meins wahrscheinlich müsste nur einen da heißt nirgends da halber ist hier ein bisschen verletzt ich sehe hier ich brauche essen du bist im werk was hier gerade was zu essen kannst ja nicht immer kartoffeln hinpacken wo bin ich ja es geht es dann so schnell also wie auf dem ofen auf den dingen hier oder wie das geht ja wie er schließen kann also der sättigungseffekt ist besser und ich habe hier so eine kleine brücke rüber gemacht ja das war ja auch der plan dann musste ich da jetzt sitzen entsetzt immer schnell eine mango wie wieder reinpackt ja nicht wie wie war so wo war denn der schleim hat der schleim die erde auf der rückseite von der insel da wo eben so ein zusätzliches den wir gemeinsam können wir machen dass uli widersteht ich schmeiß noch schnell alles in die kisten ich habe doch auch kleines bisschen was ich habe drei kugel fische gekillt ja brutal brutal ja brutal genau brot tal naja das brot tal ja genau ich habe noch ein rezept dabei das brauche ich glaube nicht doch du brauchst alles kann man da gar nicht in jede bäume umbauen um man kann die rezepte stecken echt ja scheiße oh mein gott dass wir das jetzt ja was finden was geht der nebel mit der zeit irgendwann mal weg oder ist er immer dann ja nein der geht auch weg verändert sich ist die frage das essen hei wow der hei ist grad sinkricht nach unten geschwommen echt kann hier jemand ne tasse machen und das zeug reinfüllen ja ich verstehe nicht dass er immer noch keine hat ich meine ist schon zwei oder dreimal kaputt gegangen die geht nicht kaputt sie verschwindet einfach ist verbockt ich bin wahrscheinlich unfähig die zu verwenden wahrscheinlich ja ich glaube eher das liegt daran was gibt es jetzt auf der insel hier kistengabe ist eine höhle Tiere prekäre wie ein ziegenbock oder adler oder wildschwein die habt ihr getötet oder wie für das fleisch nein wir haben nur das wildschwein getötet oder die anderen sind zu schnell und da ist ein da ist ein etwas holy shit das greift nicht an ach ne ich brauch was zum essen ich glaube das war dieser steinbock und ich glaube der ist jetzt in die tiefe gestürzt kocht darf ich den umbauen wie lange kocht das es kocht lange aber das war jetzt gerade auch aus also es hatte zu wenig planken kann man dann eigentlich schon wieder vorbereiten wir müssen wieder mal was anpflanzen wir müssen wieder mal was anpflanzen du hast gelernt jetzt irgendwas im rasenmäher so wie spät rechts dreiß Fenster öffnet hier noch ah nein wir fristen sind laut deine kleinen geschwister oder wie nein mach mal besuch ach so deine kinder ach so deine kinder ach so du als Fenster wieder offen ne ja natürlich als Fenster offen an die äääh die mann 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 ihr wart quasi schon oben und habt schon alles geblündert auch oder ja ok dann geh ich wieder runter kannst du das mal anschauen überlebe ich das ja ich war jetzt schon ganz oben überlebe ich das wenn ich da hinterspringen so äh Uli brauchst du grad nein du brauchst ne also ja du überlebst das ganz sicher Andi du kannst keine ja 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 also ich bin unten so wie findet ihr äh Uli wie wir Uli finden ja also ist es gut Uli guck mal mit's Blätterdach oder ja passt mir gefällt der Blätterding richtig gut oh ja ich möchte irgendwo jetzt noch einen Aufgang haben und dann möchte ich oben Vogeldinger hinsetzen um Eier zu bekommen aber ja und Federn vor allem für was ist das ein Känguru? ne was soll das sein gib ein Känguru irgendein Hoppelfieh es gibt ja auch ein Lama irgendein Hoppelfieh das von mir wegläuft ja dann ist wahrscheinlich das Känguru bleib stehen du doofes Vieh ich will dich töten absolut ja viel Glück das ist ganz schön schnell ja deswegen hat er sich nicht getürzt hätte verdammt als wärs neben mir gewesen und ich hatte aber grad was gegessen wir müssen die Tiere später einsammeln wäre cool wenn man die mit dem Speer also den Speer werfen könnte oder so wie ist das jetzt mit der Erde? bitte? mit der Erde was ist mit der Erde? komm da ist ich nur was ah hier Wiese gieß es hier ein wenig und du erhältst Gras für deine Tiere du brauchst was für Schmutz Wolli du hast ne Schaufel oder? ja ich hab ne Schaufel und müssen wir jetzt richtig viele Inseln finden und Schmutz holen scheiße ja ja ich hab's wie kann ich das Fleisch von dem holen ja wie kann ich das Fleisch von dem holen ich hab's so gemein wie komm ich das genau mit der Axt also mit dem Speer rein dreschen dann passiert gar nix hier ist ein Netz kaputt oder weg aber mit der Axt das ist ja mal weg mit der Axt passiert auch nix dann weiß ich nicht Speer Speer passiert auch nix ähm Haken passiert auch nix mit e mit e mit e mit e mit e mit e passiert auch nix so hat jetzt immer schon das grüne Ding da hinten äh Wie? Kennen wir. Ja. Oli? Ich wär soweit. Oli, hast du das grüne Ding da hinten? Ich bin da reingeschwommen und hab Schaden bekommen irgendwo anders. Okay. Also ich noch was giftiges anscheinend. Wo war das? Da bin ich in die andere Richtung. Oder halt ziemlich auf der anderen Seite von der Insel. Ah, ja. Wär gut, wenn wir den Schrott da noch einsammeln, oder? Mhm. Ja, ich bin dabei gestorben. Wegen Hai, oder was? Ja. Fuck. Jetzt Nacht. Nice. Aber hier drüben ist es. Wenn du auf der linken Seite rum gehst, dann siehst du irgendwo Leitern unter Wasser. Ja. Echt? Leitern? Ja. Wo führts da hin? Also da vorne bei der Insel, Oli. So ne kleine Höhle. Sollen wir mal schlafen gehen, oder seid ihr alle unterwegs? Wir sind unterwegs. Ich bin zu Hause. Unterwegs geht nicht. Ich bin keine. Wo bist du Re? Hm? Oh, Misty. Pistory. Achso, ich bin oben. Hm? Hast du es gefunden? Nein! Okay. Ist relativ weit unten. Ich... 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 Vielen Dank.